Ein bestimmtes Gerüst, innerhalb dessen man sucht. Und so ist ja das Leben eigentlich auch. Es gibt bestimmte Dinge, die vorgegeben sind und innerhalb dessen versuchst du dein Leben dir so gut wie möglich zu gestalten, würde ich sagen. Und so ist mit der Improvisation auch offen sein für das, was auf einen zukommt und für die Menschen drumherum. Ich mag den Begriff zuhören sehr gerne, auch wenn es natürlich mit Reden beim Tanzen nicht immer was zu tun hat, aber einfach zuhören, was die anderen sagen mit ihren Körpern zum Beispiel. Und das ist im Leben auch so. So. So.